Als nächstes für euch im Test die Viper Bytes von Norma. Hoffentlich zündet sie durch. Also das Ende, wo sie noch aufgerollt war, war sehr gut, der Anfang leider viel zu langsam. Das Ende, wo sie noch aufgerollt war. Das Ende, wo sie noch aufgerollt war. Das Ende, wo sie noch aufgerollt war. Das Ende, wo sie noch aufgerollt war.